Hallo und willkommen zurück zu Spinter Cell Blacklist, wo wir ja auch was da holt, Amerikas Konsum jetzt machen. Genau. Die Daten der NSA wurden... Wir fliegen nach Chicago. So. Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Ne, ich will ja laut sein. Ähm, Brille. Achso. Dann gehen wir wieder auf Standard Schwarze Tarnung. Ach, bin ich mit der Kleidung fertig? OP-Anzug. Torso. Ah ja, bin ich. Okay. Dann kommt jetzt der Rabenanzug. Der ein bisschen mehr Panzerung hat, das kommt mir ganz recht. Er hat weniger Ausrüstungsslots. Ich weiß jetzt nicht, was er wegnehmen wird. Warte mal, er hat keine... Er hat keine Farben. Der Rabenanzug hat quite literally gar keine Farben. Okay, das ist ja strange. Rabenanzug. 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 Okay, dann sind wir im Rabenanzug. Das ist schon sehr awkward. Wenn man es so nimmt... Ah, gut. Ah, welche Dinge wird er weggenommen? Die Haftkamera? Ja, ja, okay. Spillergranaten? Ja, Brandgranaten auch gut. Kontaktschocker auch gut. Und Erinnerungsminen auch. Ja, gut. Das wird dann schon passen. Gut. Sam, die Kidnapper haben die Chicagoer Polizei kontaktiert. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Ausrüstung bestellen hätte. Das ist wohl... Die sind beide gedämt. Vielleicht wissen die selber nicht mündlich, dass es nicht die Ingenieurs sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zehlauf 0. Wir drehen jetzt nicht um. Jawohl. Wir wollen ja Amo nicht mit so viel verschießen. Pass auf, geht's. Wir kriegen ja keine neuen mehr. Was wird tauschen, die Laffe? Das ist wirklich egal. Das ist wirklich egal. Das ist ja irgendwo mehrere Leute beieinander, dass sich Bum Bum lohnen würde. Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Das ist das, worum es mir geht. Kann man hier oben weitergehen? Wollen wir, dass ich jetzt runter muss? gleich totgeschossen das würde ich jetzt erstmal noch nicht entdeckt werden aber die sind alle total gespreadet ich meine ich kann eine auf Haftkamera theoretisch machen mit der könnten wir ach ne wir haben die gar nicht dabei stimmt ok ich habe gerade eigentlich abgedrückt also dürfte ich jetzt nicht umfallen aber ok bin drin keine spur von den zivilisten anscheinend sucht man versprengte einheiten ich überprüfe die blaupausen vermutlich sind die alle im kellergeschoss schön in der zucker amateure können genauso gefährlich sein wie profi amateure amateure Naja. Vielleicht versuche ich erstmal leise durchzukrabbeln. Vielleicht sind hinten mehr Leute, die man leichter kriegen kann. Länd drin. Keine Spur von den Zivilisten. Ich überprüfe die Blaupausen. Vermutlich sind die alle im Keller geschossen. Nicht was ich wollte. Ich wollte eigentlich weiter schleichen. An allen vorbei. Das war mein Plan. Obwohl es nicht so leicht geht mit dem Zivilisten. Ich muss gleich anzupassen. Länd drin. Keine Spur von den Zivilisten. Nein! Wahrscheinlich soll ich über die... äußer gehen. Aber ich kann nicht auf der Stelle springen, also kann ich jetzt nicht da ausmachen. Ich frage mich, was das da hinten ist. Wie kommt man denn da rüber, bitte schön. Ja. Weil ich gelaufen bin. Weil ich gelaufen bin. Das heißt also, wenn ich schneller rübergehe. Und die nicht wieder anders sind. Das war so anders, dass das nicht schafft. Also, wenn ich hier nicht bläst. Ich weiß nicht. Du hast ja nicht gewonnen. Du hast ja nicht. Ich weiß, was ich gerade hier war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wichtig, dass ich bereit bin. Sie sollten Angst. Ich weiß nicht, wir sind schütziert. Wir sind in der ganzen Welt. Die Verdammt schwat. Ich kann nicht warten und auf den Gassen. Aber sie sind alle. Ja, das sind so. Oh ja! Das hat nur eine einzige Person umgebracht haben. Was ist das? Grenade! Ich werde den Pen down halten! Move up! ich komm nicht hoch was tun wir jetzt ruhig wir finden ihn wir finden ihr wisst doch wo ich bin könntest du dich bitte regenerieren dieses rote ding gib mir richtig auf geist und die augen auf ich verlasse die festhalle eine spur von den geiseln nur amateure mit billiger ausrüstung hier ist keiner Ach, Mist. Was, das war ein lautloser Kill? Ich war also noch gar nicht richtig in der Action drin. Okay, dann war es egal. Was ist das? Hilfe, gefällig? Mir geht's gut. Das ist der Neher. Die nehme ich wirklich so noch wahr, obwohl es so gestockt worden ist. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateur mit billiger Ausrüstung. Hältst du das für einen Blacklistangriff? Wir werden sehen. Was vielleicht mehr Sinn macht. Hm, hab gedacht, ich hätte jemanden gehört. Ach, wirklich? Was zur Hölle? Ich dachte eigentlich, der hätte mich jetzt in der anderen Ecke bemerkt. Was ja logischerweise auch dann resultiert, dass er dann anders gehen müsste. Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateur mit billiger Ausrüstung. Aber nein. Gehen wir den exakt selben Weg. Hältst du das noch für einen Blacklistangriff? Wir werden sehen. Wie läuft denn der hier rum? Ach so, weil der mit dem anderen abredet. Ja. Ja. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Grim, ich verlasse die Festhalle. Keine Spur von den Geiseln? Nein. Nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklistangriff? Wir werden sehen. Wie läuft der lautlos? Du hast die zwei Arten auf den Kader gelegt. Was ist die? Warum war der lautlos? Weil der es nicht mehr entdeckt ist. Mein Gott, das ist so komisch. Warum war der lautlos? Mein Gott, das ist so komisch. Grim, ich verlasse die Festhalle. Wie läuft der lautlos? Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Da ist er! Get going! Move! Nein. Nein. Die gehen nicht schnell genug aneinander. Oh, lol. Ich habe wieder eine Karte gemacht. Grim, ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Brauchst du dabei Hilfe? Nicht nötig. Ja. Aber Like bringt deine eigentlich auch nix. Also, naja. Die Birne ist kaputt. Oh, shit. Ich halte da auch nichts aus. Was? Da hier ist es... Ey, das ist echt... Also... Mit einer nicht lauten Waffe ist es mir gleich doof. Keine Spur von den Geiseln? Nein. Nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Na ja. Auf der wie ein paar Quadratmeter. Wir werden sehen, 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 wie ein paar Quadratmeter. Das haben nicht alle gekeilt. Eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt, dass es mit einem Quadratmeter kam. ich verlasse die feste nur amateure mit billiger ausrüstung wir werden sehen der hat mich jetzt echt erschrocken ist schon wieder lautlos was zur hölle warum ist das so schnell weg ich verlasse die festhalle ich will doch noch ein paar koppokäste machen wir werden sehen da ist er weil sie einfach nicht wirklich angeloppt werden also kann ich kein schutti schutti ausrüstung also einfach nicht alle war bei nachter zu sehen Und das... Ah? Nein! Ich hasse es! Mensch, so schnell ist es... So schnell kann ich nicht so leicht Headshots machen. Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklistangriff? Wir werden sehen. Nein, nein! Ich habe dich verabschiedet. Go! Ich gehe in! Das war jetzt wieder irgendwie asozial, weil sie sich anders verhalten haben. Grim, ich verlasse die Festhalle. Davor konnte ich die Beine töten? Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Warum ist das so viel Unterschied? Hältst du das noch für einen Blacklistangriff? Wir werden sehen. ich werde... ... ... ... ... ... ... ... anscheinend waren die hinteren noch gar nicht aktiv oh mein gott der ist ja tag hell mit dem dicken ist das mit dem auch so irgendwie ist das viel besser das ist so ja war gemein halt immer im endeffekt ja ich passe immer kurz ich habe das klo so weiter geht es hier durch naja das so dass man das hier sind drei leute drinnen zwei oben oder einer unten? kann das sein? ich darf diese leute nicht töten ich habe die tür aufgetreten und es war ihnen egal wie lange steht die tür schon auf? ja 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 sechs hier ist niemand muss sich mehr eingebildet haben Einbildung ist auch eine Bildung, ja. Könnt ihr mal aufhören, so Denglisch zu reden? Alles klar, tschüss. Kommt her, uns helfen, wir suchen. Dann los! Dann los! Oh, 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 oh. Das Spiel hat glaube ich jetzt nicht gespeichert, weil das, ja genau, weil das beides Einglinge ist. Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Vielen Dank. Cool. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr überleben. Jetzt haben wir jetzt noch mehr Punkte. Gut, okay, das war jetzt einfach erst frei. Das war ziemlich cool. Das war's. Oh, das war's. Wieso war der in der Lage, mich mit einem Schuss zu treffen? Warum habe ich ihn in seinen Schritt getreten? Da musst du doch reagieren. Geschossen, nicht getreten. Keine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Erinnerst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Ich werde definitiv hören. Papi! Deckung! Bin in Position! Huh? Bin in Position! Und den Entfernen? Huh? Shh, shh! There's someone here. Hm? Ah, there's nothing. Just you and me, baby. Shh, 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 shh! Dah! So, to what? Verstanden. Brauchst du das Dremdkommando? Die sollen sich bereithalten. Keiner kommt rein bis ich alles durchsucht hab. Verstanden. So, tschau. So, tschau. Oh, das ist mir klar. Wow, cool. Vielleicht waren es keine Schritte. Also, ich brauche gar nicht wirklich nach Multikills oder so, ich kann einfach durchkillen. Cool. Ich konnte irgendwie gar nicht schießen. Ähm, also die Granate definitiv. Da ist sie! Ich werde nicht mehr besser. Ich werde nicht mehr besser. Verstanden, vorsichtig! Verstanden, vorsichtig! Hier ist was! Sucht weiter! Der war wirklich lautlos. Sein Scheißernst. klingelt als sagt Nein! Shit! Mann! Stay down! Stay down! What? I've got you, get- Er ist noch hier! Sucht weiter! Gut. So weit hab ich alle erledigt. Okay, hör zu Sam, das ist ein alter Ab- Ich sag's dir! So, hier durch. Ah, ja, ich bin der Salt. Grimm? Hab mitgehört, Sam. Wup! Auf den Weg nach Vertania City. Ich weiß nicht, ob ich einen Partwechsel machen soll. Weil ich nicht weiß, wie lange das noch dauert, bis die Mission fertig ist. Ah, das war das mit der Pumpstation. Aber doch, das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Wir werden nicht vergessen und ciao! Das ist, ob wir die Ach, nee. Bis zum nächsten Mal.